größe jo besser schaut so aus als wäre ich wieder da wir werden sehen noch keine ahnung keine ahnung was ich nächsten da gemacht wieder ruhiger etwas das jahr neigt sich dem ende zu hat zumindest der sommer das heißt der stress geht etwas runter das heißt mein blutdruck ist wahrscheinlich immer noch zu hoch aber so ist aber ja es ist eine interessante anime season wieder einmal etwas ruhiger als ich es gewohnt bin eigentlich aber das liegt auch daran dass ich mich von der gesamten deutschsprache mit dem mehr oder weniger warum ist einfach so wenn du da drüben ist die party dort drüben sind die öden typen die nichts zu sagen haben außer ja nein danke und mehr davon dort drüben hast du diskussionen jenseits dessen was du gewohnt bist dass das der verstand ist schwer am laufen zu halten wo du drüben bin ich dann nur mich und da drüben sind die leute die was einfach nur jemanden zum anhälen brauchen dazu geht es ja irgendwo anders hin zu den lücken von name hier einfügen youtuber der früher mal redakteur war davon haben wir jetzt glaube ich insgesamt 18 oder 20 jetzt schon die alle glauben hey wir sind cool die kittern ich bin ende 40 aber ja das leben ist hart das leben ist geil darum nimm dein beil und taxi ab und in den sack klack klack das macht so wenigstens egal auf jeden fall habe ich irgendwas zu sagen zur aktuellen anime season weil darauf sind ja die meisten hier gespannt anscheinend ich habe natürlich fragt also der haupt brüll affen anime jetzt gerade vor allem der sprach im bereich dr stone will ja mir schon vorher vor sich gegeben wegen oh mein güter ist das nicht der beste anime ever so wie jeder andere beste anime war in jeder anderen season weil immer irgendwas gehypt wird persönlich finden okay ich finde die ganzen in jokes die neun von zehn vollidioten haus hoch über den scheitel gehen vor allem die war okay ich hätte ja eigentlich damit damit mit einer rahmens schüssel anfangen sollen zu essen irgendwie das video aber hey die sieben tatsache das ist reihenweise anspielungen auf alte so steinzeit animationsserien gibt die den meisten nicht mehr bekannt sind weil ich glaube kaum einer erinnert sich an kum kum und solche sachen eben vor und es gibt auch viele themmer halt anspielungen aber witzigerweise ich habe noch nicht gesehen dass irgendjemand aufgebracht hat das einzige was aufgebracht wurde was eigentlich relativ leicht ist ist die eine momotaru storyline erklärung und dann hast du auf einmal fifth of the north star auch wenn du genau hinsiehst voll witzigerweise obwohl nicht sehr genau und muss etwas genauer hinsehen aber es ist trotzdem sehr easy und einfach zu sehen wie gesagt das ist glaube ich der einzige in joke in der ganzen serie bis jetzt die leute wahrscheinlich verstehen werden und dann wahrscheinlich zur tode mime werden aber hey die haben die gleichen klamotten an wie in einer ganz anderen serie oh meine güte sieht auf meinen hintergrund da ist ich sage dazu nichts ich finde es lustig dass leute immer schön nachreden was ihnen gesagt wird ohne es zu kontrollieren weil der der redet laut der laut redet muss wissen was los ist ich sage euch nur es sind eine menge an spielungen wenn ihr eben ein ganzer haufen in jokes in dr stone und die meisten davon werden euch wie gesagt über den schädlichen wegfliegen too high for you schade eigentlich und ich glaube nicht dass das dass man unbedingt hier eine aufklärungsstunde machen sollten her oh all die serien die ihr nicht sehen wolltet wenn man erzählt oh schaut euch alte sachen auch mal an damit ihr ein bisschen mitkommen mit den anderen scherzen das gleiche übrigens auch mit der einen was diese kurze ihre are you lost oh 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 bear grills bear grills would be happy vier vier mädels auf der auf der insel und nur eine ist survival experte mit ein paar wirklich komischen aussetzern ja aber es ist niedlich gemacht typisches oh mädchen die niedliche dinge tun auf der insel oh wie gesagt wenn du sachen mit bear grills und die ganzen sachen über survival serien gesehen hast ist mit dem auch sehr viel spaß haben soweit das eben mhm dann was war das andere was ich jetzt vor kurzem erst gesehen habe das ist ja auf einer anderen season glaube ich oder echt älter ich habe eine Menge alte sachen gesehen jetzt momentan wieder wir hatten eine große retro schiene jetzt gerade auf disco und deswegen ui ähhhh was soll man in der jetzigen season eigentlich noch zusammenlaufen uff wirklich ich habe einiges gebinget spontan uuuuh wir fallen gerade die ähm ja tatsächlich ja tatsächlich ja dann how how many dumplings can you live dieser fitness anime zum beispiel der ist auch recht gut mein pff ebenfalls mit einer Menge einspielungen und mit einer ganzen Menge sagen wir es mal so mid to low tier fanservice very low tier but okay it's fan service da haben die einsamen Herzen was zu gucken aber es ist niedlich gemacht du hast diese typische gruppe von hey die die mich gewicht verlieren will die die überhaupt nur auf muskeln steht der trainer der witzigerweise nur dann extrem buff aus aus seinem trainingsanzug so pfff ebenfalls mit ein paar netten kleinen in jokes gespickt wo es natürlich logisch ist dann ohja das eine was ich zuerst nicht einmal sehen wollte was sagen wir es einfach so wenn du overlord machtest und dir eine low level rip off serie wünscht die wirklich genau das gleiche macht nur halt eben auf einem sehr 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 niedrigen und simplerem niveau dann haben wir eben dieses demon lord retry wo ebenfalls wieder mal ein typ wieder mal hey kids wollt ihr wieder mal einen typen sehen der stirbt in der video game welt aufwacht tja da haben wir was für euch wir müssen darüber machen wir bei meinem podcast da will ich mal leute finden kaum leute haben zeit und wenn zeit ist dann habe ich keine zeit dann verläuft das ganze ja ich weiß eigentlich sollst irgendwas in der jetzigen season ich muss echt noch mal ganz kurz kurz machen wo war ich oh 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 nein nein so da hatten wir die summer season oh yeah das ist das was hatten wir sonst noch dann eben das fire force was ich persönlich ok du hast soul eater auf dem gleichen level wie blue axis ist muss das ganze zusammen machen und machen machen das hätte ich etwas anders aber das ist ein art style das ist die charaktere das ganze von beiden serien hier merging fullmittel alchemist style ja wir wissen alle was ich meine ja und dann ist es wirklich was ist diese serien aber schnell aristide sekai seikyu typ ganze schulklasse wieder in eine andere welt wieder einmal schon eine kleine shit passiert typ wird in einem dungeon in ein unteres level geworfen muss dort überleben auf die harte tour auf die wirklich wirklich harte tour befreitenden lolli vampir weil wir brauchen immer mit einer koten lolli weil das ist das ding in japan japan ist es immer gut wenn es sowas hat und yeah bin ich zugefangen von der serie ok nicht ganz so nicht ganz so du siehst was sie versucht haben weil es kommt ein bisschen so näh rüber vor allem wenn diese ganzen oh ich hab die bunny leute jetzt haben voll arg baff gemacht so wir sind so niedlich und so unschuldig können wir gar nicht weiter und dann drei zähne weiter vor die arnold schwarzen bunnies ok ok warum nicht aber wie gesagt es 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 man sieht sie versuchen es aber die serie kommt einfach nicht drüber dasselbe ist mit ähm isekai cheat magic yeah yeah ich hab keine ahnung es ist einfach dieses nicht wirklich über einen gewissen punkt hinausgehend du hast wirklich keinen großartigen kontakt zu diesen figuren weil es alles so generisch rüberkommt es kommt alles so flach und ähm produktartig rüber so richtig maschinell es ist es wirkt nicht mit äh herzblut gemacht dasselbe muss ich auch heute sagen wenn wir gerade in der richtung sind muss ich auch sagen über die letzte letzte staffel von danmachi ok es hat sehr stark einen schwung verloren immer noch gut aber es fängt mit einem guten bumms an und furzt dann langsam aus sobald der ganze familien war der ganze wirklich oooh groß große dinge werden hier passieren und dann ist es in einer episode aus noch von was anderes an das ist dieser typische punch streichel 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 punch streichel streichel du erwartest was großartiges und bekommst du nur um das ganze in einem kurz gehaltenen essay zu verfassen dann eine Kaffeebohne. Die kroch ich nicht mehr, nee. Auf jeden Fall, das ist Typ Andere Welt. Wenigstens versuchen sie das ganze als dumm darzustellen und das ganze in ein Videospiel gezogen. Hey ich habe einen Vertrag unterschrieben und dann ja und du gehst jetzt da rein. Was? Wirklich? Okay, okay, damit kann ich leben. Das ist, wenn ich so muss, okay. Gut, aber selbst hier zumindest ist die Idee ein bisschen interessant, dass ein ganzes Spiel darum gebaut ist, Kinder und ihre Mütter wieder zusammenzufügen und ein besseres Verhältnis zwischen beiden aufzubauen. Ein bisschen komisch oder so, aber ebenfalls auch nur relativ Low Level, nicht ganz so klotzig wie Cheatmagic zum Beispiel jetzt gerade ist, aber auch wieder nur so. Okay. Und ehrlich gesagt, ich bin mit einigen Sachen sehr stark. Copcraft ist ebenfalls, was ich mir hoch erwartet habe, dass das irgendwas interessantes wird und dann. Der Arztteil ist interessant, zumindest in die ersten paar Episoden. Dann verläuft das ganze ein bisschen, weil ich bin irgendwo zwischen Near Under Seven und Blue Submarine Six, okay. Und das ganze Setting ist so in dieser Richtung von Heat Guy Jay gezogen. Das ist ein typischer, diesen altmodisch, etwas grummeligen, aber diesen Typ mit der harten Schale und dem weichen Kern und anderen welchen Sachen wahrscheinlich, der halt eben Mädchen aus einer anderen Dimension, die meistens als etwa Aliens oder als Feen bezeichnet werden, okay. Das ist oh, isekai-Feeling, aber halt in der Realität. Es hat ein bisschen was von diesem End-90er-Film-Noir, aber nur am Rande. Es ist schön rau gemacht, aber fühlt sich trotzdem eben, wie die Richtung stimmt, aber sie gehen nicht den ganzen Weg wieder mal. Und dann haben wir ja dieses was, was, Machiko, Masuko. Oh, ja. Mädchen erfährt, dass sie ein Nachfolgerin eines Dämonen-Clans ist und muss das Gegner das Gute bekämpfen, weil das Gute sie ihre Familie mehr oder weniger niedergemacht hat und dann sie mit mehreren Flüchen belegt, unter anderem den, was ist denn, 400 Yen pro Tag, Fluch oder was das noch schnell war, äh, 4000 Yen, äh, 40.000 Yen, 40.000 Yen, 40.000 Yen, 40.000 Yen, 40.000 Yen, 40.000 Yen, was glaube ich, äh, Fluch belegt hat, dass sie eben sehr in Armut leben müssen. Also es war eine sehr knuddelige, äh, tollpatschige Protagonistin, die eben für das Böse kämpft gegen eine Magical Girl, die anscheinend, sollte man sich in der Serie jetzt gesehen hat, ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht hat, nach ihrer eigenen Aussage, mit dem, äh, Magical Girl da sein, weil sie eben für das Gute kämpft, ja, Magical Girl, ist ja logisch, ist ja Japan, ist ja, wir wissen, wir wissen, wir wissen, wie diese Spiele laufen, ja, okay, wir wissen, wie es läuft, okay, und, yeah, da ist auch die Dynamik so, ich sehe, wo sie hinwollten, aber es, sie, sie, sie wollen es zu niedlich und dann trotzdem zu ernst, dann wieder viel zu niedlich und alles ist mehr so, ja, wischiwaschi gemacht. Interessante Idee, dass wir uns auf einen anderen Blick wirken, genauso wie damals, damals Yatama Nights war, aber wie gesagt, das ist eine von diesen Serien, die nur dann wirklich dich ins Gedärm schlagen, okay, die einen wirklichen Tiefschwinger geben, wenn du die alten Sachen kennst, weil, uff, das, das Ding hat wirklich weh getan. Wenn du die alten Geschichten kennst, wenn du Yatama kennst, wenn du die ganze Spin-Off-Serie und das ganze Universum rund um diese Serien kennst, weil die Einspiele, die sie rundherum gemacht haben, die Sachen, die du erlebst in diesen Episoden, wo du so, ohhhh, wo du die von der bunten, knuffigen Welt in diese ernste, trübe, zerstörte Welt gehst und dann wirklich siehst, wie das Ganze dann in diese Richtung gegangen ist, über all die Jahre. Und du so, oh boy. Und hier ist es so, wenn es eine andere Vorgeschichte hätte, wahrscheinlich, wäre es wesentlich interessanter. Es ist niedlich, und das soll es ja auch sein. Nur eben, wie gesagt, die meisten Serien heute, in dieser Season zumindest, Es ist einfach zu niedlich, und dann ist es wieder die typische Anfang-2000-Lage-Situation, das Moe-Killt-Anime, es ist alles zu niedlich für, um wirklich beeindruckend zu sein, okay? Genauso wie, wenn es in der nächsten Gerade-Kommel ist, wie zum Beispiel, was ich jetzt hier noch sehe, die ganzen Shorts, die hier noch sind, in Bezug auf, äh, Tetschina Sensei, äh, Magical Sensei, ähm, Senpai, schon, Senpai, sorry, Senpai, Magical Senpai, wo du wirklich ein überhyptes Mädel hast, das mehr oder weniger, äh, fasziniert von Magie-Tricks ist und sich einfach vorführen möchte und eben den Club darum gründet, aber, wie man gesehen hat, nur gut darbringen kann, was sie macht, wenn sie alleine ist und sich nicht beobachtet fühlt, weil sie zu nervös ist, die typische Neodet-Syndrom halt eben, was eben auch immer sehr gerne hochgespielt wird und so, aber, äh, aber im Großen und Ganzen, es ist eine solide Season, es schmeißt einen nicht vom Hocker. Bin zufrieden, wie gesagt, das Highlight ist sowieso für die meisten, und haben mit Dr. Stone sowieso gegessen, also, äh. Falls mir noch irgendwas anderes einfällt, momentan, ich schaue hier gerade auf die Liste, nein, Given habe ich nicht gesehen, Winsland-Saga, ebenfalls nicht gesehen, ähm, naja, dann ist noch Uji Musume, wo ein Typ, der, ähm, ich will nicht so ein Abenteurer, fühlt ein Kind aus einem Simolenreich und nimmt sie auf als Adoptiv-Tochter, äh, das hat Potenzial, wir werden sehen, vor allem, weil sie ein paar wirklich schön düstere Punkte einbauen, und so, du hast diesen Typ, der sich um ein Mädchen kümmert, deren Rasse er Zeit zur Zeit immer wieder einmal auch radikal dezimiert. Du hast die ganze Vorgeschichte, warum ist sie da gewesen? Warum hat sie ein abgebrochenes Horn, was als, äh, kriminellen Symbol darstellt? Also man bricht ihnen die Hörner ab, wenn sie was angestellt haben, oder wenn sie entehrt oder so in der Richtung aus werden, also wirklich als Bestrafung, also sie ja gleich sieht, okay, das ist, das ist jemand, den wir ausgeschlossen haben, und jeder so, okay, warum würde man so etwas tun, einem Kind, das vielleicht maximal drei oder vier Jahre, vielleicht acht Jahre, acht Jahre ist, glaube ich. Also, okay, das ist ein bisschen fucked up, aber sie wollten es auf der niedlichen Schiene. Ich bin gespannt, ob sie das irgendwie kombinieren werden, dass es ein bisschen mehr in die dunklere Richtung geht. Dann wäre es interessant. Ansonsten, öff, ich müsste Filme nachholen, letzte Season, nicht alles gesehen, wie gesagt. Ich bin sehr hinten nach, aber hey, gute Nachricht, ich kann jetzt auch längere Videos machen und die laden erstmals unter einer Stunde hoch, weil ich habe ein neues Internet. Mein Ping ist zweimal beschissen, das heißt, competitive Sachen, immer noch für Videospieler nicht unbedingt, aber ich werde sicher, wenn man erst mehr sagt. Ebenfalls, ich baue einen neuen PC gerade, der ist gerade am updaten und am herunterladen von Sachen, den, der ist noch in der Werkstatt, also, also, Werkstatt, unten, schräg sich Wohnzimmer, das brauche ich mir da nicht so gerade, also, ähm, mal sehen, was mit dem ist, das wird noch ein paar, wenn ich was baue, dauert es immer ein bisschen länger, plus die tausenden Probleme, die ich mache, aber yeah, läuft die Kamera überhaupt noch? Ja, ich rede hier quasi mit einem leeren Bildschirm an der Haut. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß, es sind 20 Minuten, das sollte reichen für einige von euch und wenn es nicht reicht, hey, ich mache sicher wieder mal ein Video, vielleicht sogar mal regelmäßig wieder, wenn ich was zu sagen habe. Reviews? Nö. Warum sollte ich? News? Geht zu anderen Leuten, die euch eure Verkaufsschlager und die ganzen Schilling-Geschichten vorenthalten und die dann eben sollten, News? Nö. Da könnte zu jemandem anders gehen. Editing und Stuff? Wahrscheinlich auch nicht, weil, wie gesagt, warum sollte ich mir die Arbeit antun, wenn YouTube innerhalb von Kitschersatz entweder die Sachen sowieso löscht oder halt eben die Europäische Union und sowieso verbietet Material zu verwenden, das nicht unseres ist. Also Vlogs, Ideen. Cheers, bis zum nächsten Mal und hoffentlich kommen einige ein bisschen Freude, dass ich wieder da bin. Zwei Leute vielleicht, der Rest. Tschau und noch eine schöne Woche. Ich werde sie nicht haben. Das Tag ist wieder kalt. Ich rede zu lange. Das ist ein Thermosper, okay? Tschau. Ich werde sie nicht auf. Vielen Dank.